Mit diesem Wissen werden Sie die Schufa und deren Negativ-Einträge mit ganz einfachen Mitteln aushebeln können. Nehmen Sie den finanziellen und wirtschaftlichen Blockaden den Schrecken. Das bringt Ihnen dieser Ratgeber zum Aushebeln der negativen Schufa-Einträge. Liquidität. Nutzen Sie legale Girokonten, bei denen die Schufa gar nicht weiß, dass sie dahinter stecken. Diskretion. Schließen Sie Verträge zu Finanzierung und Kredite ab, ohne dass die Schufa davon Wind bekommt. Bonität. So bekommen Sie negative Schufa-Einträge schnell gelöscht. Lebensqualität. Schließen Sie Handyverträge ab, auf die eine Negativauskunft der Schufa keinen Einfluss hat. Unabhängigkeit. Bestellen Sie weiterhin im Versandhandel und vieles mehr. Natürlich erfahren Sie, wie Sie wieder eine blitzblanke, saubere Schufa-Auskunft bekommen. Die zu haben ist nie falsch, auch wenn ich selbst, wie gesagt, seit Jahrzehnten von der Schufa nicht mehr abhängig bin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020